Herzlich Willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast. In dieser Folge geht es um die Kongo-Greuel unter dem belgischen König Leopold II. Ein heikles Thema. Viel Spaß. Diese Woche soll es um die Kongo-Greuel gehen. Mit diesem Begriff ist quasi die extreme Gewalt gemeint, die zwischen 1885 und 1908 im Kongo-Becken stattfand und damals quasi im Kontext des sogenannten Freistaat Kongos. Das war ein Privatbesitz des belgischen König, König Leopold II. Und aufgrund diverser Faktoren hat sich hier ein bis dato ungekanntes Ausmaß an Gewalt und Menschenverbrechen zugetragen. Und das wollen wir heute ergründen. Darüber hinaus auch die Rolle des Kautschuk hierbei betrachten, aber auch später die Köpfe, die dann mithilfe der medialen Öffentlichkeit das Ende des Kongo-Greuel quasi verursacht haben und natürlich auch klären, was das Ganze denn mit Carl Benz und Mark Twain zu tun hat. Also stürzen wir uns direkt rein. König Leopold, ich sagte es bereits, ist hier der herausragende Protagonist bei diesen Verbrechen. Und er wurde geboren 1835 in Brüssel und war der Thronfolger für König Leopold I. Das ist ein Adelsgeschlecht der Sachsen-Koburg und Gotha. Und hierbei ist es wichtig zu wissen, dass Belgien selbst, also das kleine Land im Westen Deutschlands, erst 1830 gegründet wurde, also wenige Jahre vor seiner Geburt. Damit war er quasi der große Hoffnungsträger, denn das neue Reich war gerade gegründet und das war quasi der erste König, der als Kind schon im Königreich aufwuchs. Und entsprechend mit viel großen Hoffnung war er ausgestattet, denn ihr wisst ja, Belgien ist ein kleines Land und auch damals quasi kongruent zum Flächenland heute. Es hatte sich gerade von den Niederlanden abgespaltet und suchte noch nach seiner Stellung und Position innerhalb Europas. Veranlasst hat er dann, als er an die Macht kam, 1865 als Nachfolger seines Vaters auch direkt verschiedene Reformen. Er galt quasi zu Beginn auch als eine Art Reformkönig. Dazu zählen beispielsweise Infrastrukturprojekte, aber auch Gesetze zur Verbesserung der Rechte von Frauen und Kindern. Und er spricht sich auch in dieser Zeit erstmals gegen den Sklavenhandel aus. Dazu später auch nochmal mehr. Allerdings erkennt er auch sehr früh, dass für dieses kleine Land Belgien das wahrscheinlich effektivste Instrument zu einer gewissen Bedeutung und Macht in Europa eine Kolonie sein muss. Und dabei nicht nur irgendeine, sondern eine möglichst große Kolonie. Eine zweite gewichtige Rolle nimmt aber in der weiteren Geschichte auch Henry Morton Stanley an. Dieser junge Waliser war, nicht zu verwechseln natürlich mit Morgan Stanley, dem US-amerikanischen Banker, aber er war ein Entdecker und vielmehr Journalist und galt zu der Zeit damals als der große Experte des Kongo-Bäckens. Das ist eine recht ungewöhnliche Beschreibung, denn in der Zeit des Sklavenhandels und auch generell der Expeditionen Europäer in Afrika war eigentlich dieses riesige abgeschlossene, ja sogenannte Binnengebiet des Kongo-Bäckens eigentlich wenig erschlossen. Also damals im Sklavenhandel zum Beispiel, dieser fand natürlich vornehmlich an den Küsten statt und der Kongo, der heutige Kongo, genau wie der damalige, hat eigentlich nur eine winzige Grenze zum Atlantik hin, beziehungsweise generell zum Meer und das ist die Flussmundung des Kongos. Und klar, damals auch schon vor dem Kolonialismus, also zu dieser besagten Sklavenhandelszeit, gab es nichtsdestotrotz sehr, sehr viele kongolesische Sklaven. Nur ist das Ganze eben nicht durch Europäer, ja wie soll man sagen, umgesetzt worden. Die meisten dieser Sklaven wurden dann durch Einheimische im Kongo-Gebiet gejagt und dann an die Küste gebracht und dort auf europäische Schiffe verkauft und entsandt. Und dementsprechend war das ganze Gebiet eigentlich noch recht unentdeckt. Der wirkliche Entdecker, der hier wirklich innovativ als erster Europäer unterwegs war, war der Brite, besser gesagt der Schotte David Livingstone, den Namen hat man ja schon öfters gehört und dem folgte dieser besagte Morgen Stanley eigentlich nur, da Livingstone als verschollen galt. Und ja, ganz interessant, Stanley wollte dann auch, als er dieses Gebiet entdeckt hatte, gemeinsam mit Livingstone das Ganze zur britischen Kolonie machen. Und das hat eigentlich nur deswegen nicht stattgefunden, da die öffentliche Meinung in den 1870er Jahren in dem Vereinigten Königreich nicht allzu kolonial freundlich war, sondern man eher sich schon wieder abgewandt sah von vielen neuen Territorien. Und auch Stanley selbst einen sehr zweifelhaften Ruf hatte. Er galt eher als Amerikaner und das ist ja damals nicht dem britischen Nationalinteresse gut gesonnen gewesen. Und somit wurde dieses Anlegen also abgelehnt und damit hatte natürlich sofort Leopold die Ohren gespitzt, denn er sah hier einen Verbündeten für sein Interesse eines großen Kolonialgebietes Belgien. Und so kam es dann auch, dass er Morgen Stanley auf verschiedene Missionen schickte. Er hat ihm quasi beauftragt, innerhalb des Kongos den Zugang zum Flusssystem zu kontrollieren oder unter sie seine Kontrolle zu bringen und verschiedene strategische Stützpunkte anzulegen im Namen Leopolds. Und das tat diese auch. Er gründete dann weitere Organisationen, also Leopolds internationale Organisationen, mit denen er jetzt auch für sich Namen machte. Er propagierte quasi Wissenschaftsexpeditionen. Er propagierte aber auch Freiheitsideen, was die Sklaverei anging. Also weg vom alten europäischen Sklavenhandel hin zu einer progressiveren, für damalige Zeit progressiveren Art, mit dem afrikanischen Kontinent umzugehen. Und in derselben Zeit verschafft ihm Stanley innerhalb des Kongos ca. 400 Verträge, die im Grunde eigentlich alle darauf hinaus liefen, dass ihm einheimische Herrscher und Oberhäupter ihre Ländereien vermachten. Und klar, da die Mehrzahl dieser Kulturen im damaligen Kongo kein Schreibsystem besaßen, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass diese Afrikaner von Stanley und damit auch dann von Leopold hoffnungslos übervorteilt wurden. Indikatoren für die besondere Rolle Stanleys waren dann auch in der Folgezeit, als es dann, wir spulen jetzt mal ein bisschen vorgedanklich, als es dann schon zum belgischen Kongo wurde, war auch die Stadt Stanleyville, die zweitgrößte, zweitwichtigste Stadt damals, direkt nach Leopoldsville, dem heutigen Kinshasa. Und Stanleyville lag strategisch gut im Nordosten des Flussverlaufs des Kongos und ist heute die Stadt Kisangani. Ja, das Ergebnis dieser Aktivitäten Stanleys für Leopold war dann quasi, dass sich der Einfluss und damit auch der Anspruch Leopolds auf das gesamte Kongo-Becken erstreckte und damit immer handfester wurde. Und jetzt hatte er quasi manifestiert, dass dieses Gebiet, wenn es jemandem zugesprochen werden sollte, dann ja wohl ihm, nur er war halt nach wie vor der König von Belgien und damit im Konzert der europäischen Mächte eigentlich maximal die dritte Geige, will ich nicht sagen, eher die dritte Bratsche im Sinne der klassischen Musikervorurteile. Und wie es nun dazu kam, dass er den Zuschlag erhalten sollte, das ist ein wenig interessanter. Dazu will ich ausholen und wir wollen uns ein wenig dieses sogenannte leopoldianische System angucken, das er im Kongo geplant hatte. Denn ganz klar bei der Berlin-Konferenz, die auch teilweise deswegen Kongo-Konferenz genannt wird, weil es ging eigentlich um den Kongo. Hier waren die meisten Kolonialgebiete schon vergeben innerhalb Afrikas. Die Briten und Franzosen und allen voran hatten natürlich riesige Kontingente für sich. Die Deutschen kamen auch auf die Bühne. Natürlich Wilhelm II. war ähnlich motiviert, seinen Platz an der Sonne zu sichern, wie auch der belgische König Leopold II. Und somit kam es zu dieser Konferenz und Leopold musste natürlich den Großmächten etwas anbieten. Denn in diesem winzigen Belgien konnte man nicht einfach so ein 80-mal größeres Kongo-Gebiet zusprechen. Das war nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar. Und somit propagierte er, wie ich eben schon sagte, auch losgelöst durch seine vielen internationalen Organisationen, ein sehr progressives Bild, ein sehr öffentlichkeitswirksames Bild von einer neuen Form von Kolonialismus. Er wollte quasi Freiheit statt Sklaverei, also quasi Leopold, der große Philanthrop. Er propagierte, dass er selbst hier keinen wirklichen Handel mit der Kolonie treiben wollte. Vielmehr sollten Investoren und Privatunternehmen aus allen Herren Ländern hier aktiv sein und die eigentlichen Handelsnetzwerke, die es bei den Einheimischen gab, nicht stören, sondern nur ergänzend, sodass alle hier in Frieden miteinander Handel treiben können. Eine wirklich große progressive Idee. Der gesamte Kongo oder das gesamte Kongo-Becken sollte sich einem Art Freihandel öffnen und lediglich eine kleine Kolonialadministration, der dann Leopold vorstünde, käme eine sehr ununtergeordnete Rolle zu und die würde das Ganze nur ganz gering eigentlich beeinstanden. Und tatsächlich, man war überrascht, nicht nur aufgrund des diplomatischen Geschicks, aber auch aufgrund der Idee hat man sich überzeugen lassen. Und ja, letztendlich haben dann Deutschland, Großbritannien und Frankreich, also die damaligen Großmächte, in Europa zugestimmt. Man kann spekulieren, wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Tatsache, dass sie das mehr oder weniger neutrale Belgien als eine Art Machtvakuum sahen. Denn hätte man dieses riesige Gebiet des Kongos jetzt einem der drei zugeordnet, wäre natürlich das Gleichgewicht zwischen diesen großen Machtzentren innerhalb Europas gefährdet gewesen. Und wie man ja in den Folgejahren gesehen hat, gab es dazu noch genug andere winzige Anlässe, um da Reibungen erzeugen zu können. Somit hat also Leopold 1885 sein Ziel erreicht und auf dieser Kongo-Konferenz in Berlin dann am 1. August offiziell den belgischen Kongo oder besser gesagt das Kongo-Becken zugewiesen bekommen. Das Ganze hieß in der Anlehnung an seine progressiven Ideen dann auch Kongo-Freistaat. Wichtig ist ja auch zu sagen, dass es anders als in Belgien nun ein zweites Königreich quasi gab von Leopold. Also er war König von Belgien und König vom Kongo-Freistaat. Nur, dass er in Belgien, anders als im Freistaat, natürlich durch das Parlament, die Presse und die Verfassung einfach sehr viel stärker eingeschränkt war in seiner Machtfülle. Und im Kongo-Freistaat war er mehr oder weniger der Herr aller Dinge. Schnell wurde allerdings Leopold auch klar, dass er in diesem Land, wenn er denn sein wirtschaftliches Interesse walten wollte, dann würde er hier riesige Ressourcen benötigen, um das Land unter seine Kontrolle und auch unter eine profitable Wirtschaftsstruktur zu bringen. Und somit war dann auch seine erste Methode, das Outsourcing, tatsächlich, wie er ja propagiert hat zum Teil, an private Unternehmen, die dann den Rohstoffabbau hier betreiben sollten. Und alle Unternehmen, die in der Folgezeit hier aktiv wurden, waren allerdings zu 50 Prozent immer auch in Leopoldsbesitz, sodass er an jede Aktivität hier profitierte. Eine kleine Anmerkung. Inspiriert war er dabei durch das Buch Java or How to Manage a Colony aus 1861 vom guten Herrn Mani. Da ist der Name tatsächlich Programm. Und dort wird auch schon beschrieben, diese etwas, wie soll ich sagen, kapitalistische Reform der Kolonialregierung. Und da sieht man auch schon, dass es doch eine durchaus durchtriebenere Gemengelage war, mit der Leopold sich an diese Kolonie brachte. Also er ging da nach einem gewissen Plan vor. Schnell wurde also klar, dass diese Ausbeutung, die im Kongo nun vollzogen werden sollte, dem belgischen König an seine Grenzen stößt und alleine die Zahl von den Trägern, die man hatte, brauchen müssen, um die Rohstoffe ins Überseegebiet zu bringen, ist schon schier unglaublich. Also das sind jetzt nicht mal mehr die Leute, die Arbeitskräfte, die eigentlich die Rohstoffe abbauen, sondern ausschließlich die, die diese dann transportieren. Das sind über 50.000 Mann gewesen, die damals gefehlt haben. Und ja, jetzt will ich einen kurzen Einschub leisten, nämlich das Thema Kautschuk ist hier von ganz großer Bedeutung. Kautschuk, also Gummi quasi. Das benutze ich jetzt beides so ein bisschen wechselhaft, diese Begriffe. Denn diese Zeit hier kam direkt zusammen mit der großen Automobilrevolution. Also das Auto wurde natürlich erfunden und noch wichtiger eigentlich als die Erfindung von Carl Benz, dem ersten Personenautomobil, war Charles Goodyear, der den Reifen erfand und damit natürlich Gummi vakuumisierte, sodass es robust war gegen Kälte und Hitze und am Auto quasi der Reifen dann diese große Revolution auch vorantrieb. Und das war natürlich das Hauptkonsumgut an einem Auto und dementsprechend stieg der Bedarf an Kautschuk gerade in der Zeit Ende der 1880er, in den frühen 1890er Jahren exponentiell an. Und die größten Reserven der Welt damals an Kautschuk lagen tatsächlich, zumindest was die Kautschuk-Reben angeht, jetzt wird es ein bisschen biologisch nerdig, also die größten Kautschuk-Reben damals lagen innerhalb des Kongo-Beckens und dazu gab es auch noch die Kautschuk-Samen oder Gummi-Samen, die waren in Brasilien zu finden. Und diese wurden dann auch später, trotz diverser Exportverbote, aus Brasilien herausgeschmuggelt und dann begann quasi das große Risiko für Leopold. Er hatte das Monopol, allerdings hatte er das Monopol nur kurz, denn mit der Erlangung der Kautschuk-Samen hatten die Briten und andere europäische Mächte auf einmal die Möglichkeit, auch selbst in ihren Kolonien Kautschuk zu produzieren, um diese riesige Masse an Reifenbedarf selber decken zu können. Also ihr seht hier durch Carl Benz, durch Goodyear, kommt dieser große Bedarf an internationalen Reifen auf und damit an Kautschuk und Leopold hat quasi jetzt nur kurz Zeit, dieses Monopol, dieses Geldmonopol auszunutzen, denn im Kongo sind faktisch die größten Reserven und er hat hierauf uneingeschränkten Zugriff. Und ja, der großflächige Anbau in Indien und Südostasien in den Folgejahren würde das dann schnell schmälern, das heißt, der gierige und machthungrige Leopold wittert seine große, aber auch nur kurze Chance. Zurück zum leopoldianischen System also. Jetzt zeigt sich, wie gesagt, das hässliche Gesicht dieses ach so humanitären Vorhabens von Leopold und per Dekreten wird er nun loslegen und das Ganze, was er eigentlich propagiert hat, wieder rückgängig machen. Er fängt an mit einem Dekret zur Möglichkeit zur Zwangsarbeit der einheimischen Bevölkerung, im zweiten Schritt dann ein Dekret, das die Straffreiheit bei direkter Gewalt gegenüber einheimischen schwarzen Menschen gewährleistet und das Durchsetzungsinstrument dieser Administration, die ja eigentlich so klein sein sollte, wird dann die sogenannte Forkspublik, also die öffentliche Armee mehr oder weniger und diese besteht aus einigen europäischen Offizieren, aber im großen Teil aus insgesamt 19.000 afrikanischen Soldaten und das ist damals, 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 ist damit, ist damit damals die größte Armee Afrikas und das ist eine riesige Sammlung an Menschen, man muss dazu sagen, der Kongo war damals auch das bevölkerungsreichste Land Afrikas, wenn man die heutigen Grenzen nimmt mit 25 Millionen Menschen, also in allen Kategorien eigentlich das Land der Superlative. Das Ganze wird dann noch immer erweitert, 1891, 1892, dann erklärt Leopold auch in einem Versuch, die Einnahmen weiter zu erhöhen, alle Ländereien und alle Rohstoffe des Landes zum privaten Eigentum des Freistaates Kongos, also damit auch quasi jede Form von Dezentralisierung der Eigentumsverhältnisse passé und er verriet damit auch mit dem letzten Spirit der Berliner Kongo-Konferenz und per Dekret wiederum wird der Kongo in verschiedene Gebiete unterteilt, teilweise öffentlich, teilweise privat und die Privaten werden dann als sogenannte Konzessionsgebiete an private Firmen aufgeteilt und das wiederum führen dann private Unternehmen durch. Damit sehen wir quasi, Leopold verdient an alle mit, Leopold ist auch immer noch der Eigentümer, aber er gibt quasi Konzessionsgebiete ab an ausgewählte Firmen, wo er mit drin sitzt und diese haben damit dann freie Hand, allerdings wacht über allem so ein wenig die Force Public. Und jetzt kommen wir auch ziemlich direkt schon zu den Kongo-Grollen selbst, denn diese entstehen eben aus dieser Gesamtgemengelage. Die Abgeschiedenheit des Kongos erlaubt quasi diesen privaten Firmen mit Hilfe verschiedener indirekter Rule, wie sagt man, Regierungsform, eigentlich komplett zu machen, was sie wollen. Also sie haben freie Hand, sie nutzen die einheimische Bevölkerung für sich aus und das Ganze endet halt in sehr, sehr brutalen Methoden. Insgesamt findet das Ganze auf einer Quotenbasis statt. Also man kann sich das so vorstellen, diese Konzessionsgesellschaften zwangen quasi die Bevölkerung innerhalb der jeweiligen Konzession zum Sammeln von Gummi. Und diese Form der Steuer war quasi dann durch das Sammeln von Kautschuk an eine gewisse Quote gebunden. Also man gab Quoten aus, die dann für jede Anzahl an Männern innerhalb dieses Dorfes gehalten und dann mussten diese beispielsweise vier Kilogramm Kautschuk innerhalb von zwei Wochen vorweisen können. Da das, wie gesagt, ein riesiges Gebiet war, konnte nicht permanent diese Miliz, die jeweilige Miliz der Konzessionsgebiete da permanent auf jedem der Dörfer ein Auge haben, aber alle zwei Wochen wurde abgewogen und abgezählt und dann musste alles passen und stimmen. Und dazu gab es halt diverseste Formen der Gewalt, mit denen diese Quoten einerseits erhöht wurden und andererseits aber auch dann immer wieder zur Einhaltung gebracht wurden. Und da hatten die Milizen komplett freie Hand, um diese Kautschukquoten zu kontrollieren. Da gehörten natürlich in erster Linie die verschiedenen Formen der Gewalt und Androhung weiterer Zwangsarbeit zu, aber auch Inhaftierung und ganz besonders brutal waren die verschiedenen Formen an Gewalt, die dann den Männern angetan wurden. Einerseits auch psychisch, denn man hat beispielsweise die Frauen und Kinder während dieser Phase einfach entführt und erst nach erfolgreicher Erbringung der Quoten wieder zurückgeführt. Dazu kam es natürlich auch zu diversen, klar kann man sich nachvollziehen, Formen der Vergewaltigung etc. Aber auch andere Drangsalierungen wurden ausgeführt, wenn die Gummiquoten nicht erfüllt wurden, beispielsweise Formen der körperlichen Gewalt wie Verbrennungen mit Gummiharz oder ganz schlimm Auspeitschen mit Nilpferdhaut. Das war eine Nilpferdhautpeitsche, Tschikote, die damals eine unvorstellbare Macht hatte und mit wenigen Schlägen eigentlich schon jeden, der damit getroffen wurde, zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führte. Und man sagt heute, dass der Großteil der neun Millionen getöteten Menschen im damaligen Freistaat Kongo eigentlich durch diese Nilpferdhautpeitsche zu Tode kam. Und das ist wirklich eine ganz grausame Sache. Viele weitere systematische Gewalt- und Foltermaßnahmen will ich euch ersparen von Formen der Vergewaltigung und des Kannibalismus an den Opfern. Und eine muss ich jetzt allerdings an dieser Stelle leider noch erwähnen, weil sie einfach auch so bekannt und mit dieser Zeit assoziiert wird. Das ist die wahrscheinlich berühmteste Ausgeburt der Kongo-Gäuel, nämlich die Verstümmelung. Genauer gesagt gab es damals eine Art systematisches Abhacken von Händen zwischen den Milizen und den Opfern. Also gerade die Mitarbeiter der Force Public haben sich quasi vergangen an den jeweiligen Opfern. Das ist natürlich deswegen auch nochmal so tragisch, weil diese zum größten Teil auch selbst Kongolesen waren. Natürlich immer selektiv aus anderen Teilen des Kongos, aber eigentlich hatte sich die Hauptform der Gewalt immer zwischen Kongolesen abgespielt. Und diese Form der Verstümmelung war deswegen so krass, weil die wenigen weißen Offiziere, die diese Force Public quasi geleitet hatten, hatten eine Form von Sorge, wie sich diese schwarze, unberechenbare Armee ihnen gegenüber verhält. Klar, mit wenigen hundert Mann gegenüber 19.000 Gefreiten ist es natürlich ungewiss. Und gerade in so gewalttätigen Ausmaßen weiß man nicht, was passiert. Jedenfalls wollten sie verhindern, dass niemand illegal auf die Jagd geht oder beispielsweise auch für einen Aufstand anfängt, Munition zurückzuhalten. Und damit kamen sie auf die grausame Methode, jede Hand für jede Kugel als Beweis. Und damit wollten sie quasi von jedem der Soldaten, der Force Public für jede abgefeuerte Kugel auch immer eine rechte Hand als Beweis des Todesopfers haben. Nun führt das natürlich im Gegensatz zur Intention in keiner Weise zu einem Zusammenhang. Also es gibt keine Garantie, dass jede Hand, die man bekommen hat, auch diese Hand ist von der Person, die durch eine Kugel getötet wurde. Und dementsprechend wurde die Hand als solche zu einer Art Parallelwährung, also wirklich absurdeste Verhältnisse, die hier entstehen, komplett entmenschlicht. Und dadurch, dass die wenigen Offiziere natürlich immer die Truppen wochenlang nicht kontrollieren konnten, es waren natürlich nur sehr, sehr wenige und sehr, sehr große Flächen und viele Soldaten, haben sich die Hände getürmt und in Bergen quasi gesammelt, bis dann die Offiziere Munition und Hände verglichen. Und ganz klar, das habt ihr euch sicherlich jetzt auch schon gedacht, im meisten Fall wurde natürlich die Hand auch nicht immer nur von Toten abgeragt, sondern ganz oft auch von Lebendigen, um sich einfach verschossene Munition erlauben zu können. Und das führte zu Unmengen von Kindern, Frauen, Männern. Auf Fotos sieht man da unzählige Formen von, die verstümmelt sind auf ihr Leben hin. Und das Ganze war so schlimm, dass man ab einem gewissen Punkt sogar angefangen hat, auch einfach andere Körperteile zu nehmen, wie beispielsweise die Nase, um die Arbeitskraft der Sklaven, wie man ja so sagen muss, nicht zu gefährden. Und ja, das karikiert eigentlich sehr, sehr gut diese unglaublichen Gräuel, die stattfanden. Und um das Ganze noch grausamer eigentlich werden zu lassen, muss man sich parallel auch immer die wirtschaftliche Komponente ansehen. Beispielsweise eine dieser großen Konzessionsgesellschaften war die Abir, Anglo-Belgian Indian Rubber Company. Und diese hat beispielsweise in der kurzen Zeit, in diesen 18 Jahren, bereits ganz zu Beginn, unglaubliche Gewinne gemacht. Also in den ersten Jahren hat sich die Aktie der Abir quasi von 5 Pfund auf knapp 1000 Pfund erhöht, also der Faktor 200. Das sind unglaubliche Summen. Und da sieht man natürlich, wie pervers einerseits diese komplette Eskalation der Gewalt und gekoppelt daran die komplette Eskalation auch der Kurssteigerung abgespielt hat. Und das darf man hierbei natürlich nicht vergessen. Für das Ende dieser Kongo-Gräuel, da will ich auch nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, sind in der ersten Linie aber dann zwei komplett Fremde verantwortlich. Also es hat nichts mit Belgien oder Kongo oder Leopold oder sonst wem zu tun. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass hier auch das einzig Schöne wahrscheinlich an dieser düsteren Folge, dass hier auch mutige und natürlich auch risikobewusste Männer, natürlich klar, Männer waren damals die Akteure, das kann man nicht von der Hand weisen, sich dem entgegengesetzt haben. Und das ist in einer Linie George Washington Williams und Edmund Dene Morrill. Und gerade George Washington Williams sollte euch ein Begriff sein als Fans von Afrika für Almans. Der US-Amerikaner war Soldat, Minister, Anwalt und Journalist und eigentlich auch schon damals einer der einflussreichsten Afroamerikaner seiner Zeit und hoch angesehener Teil der Bevölkerung, der Bildungselite und auch als Autor maßgeblich an der Black American History beteiligt. Und dieser Williams war in den späten 1880er Jahren verstärkt für Europa und Afrika unterwegs und hat sich dort auch mit vielen führenden Köpfen getroffen. Und nach einer Begegnung mit dem eben genannten belgischen König Leopold II., die ihn sehr, sehr stark beeindruckt hat wohl angeblich, laut Tagebucheinträgen, ist er dann 1890 auch in dessen Kongo-Freistaat gereist. Schockiert war er natürlich in erster Linie von diesem weit verbreiteten brutalen Ausmaß an Misshandlung und auch der Sklaverei, die er dort vorfand. Und so schrieb er dann 1890 von dort einen Brief an Leopold, einen öffentlichen Brief an Leopold. Und in diesem Brief schilderte er als erster Prominenter und natürlich, um das Ganze noch dramatischer zu machen, auch als farbiger, als schwarzer Mensch, schilderte er diese unglaublichen Gräueltaten an den Ureinwohnern und beschuldigte Leopold und vor allem die Agenten, die vor Ort für ihn die Arbeit durchführten, schwer und belastete diese öffentlich. Der Brief war so eine Art, wie sagt man, Katalysator für den internationalen Aufschrei, der dann gegenüber Leopold und dem blutigen Regime im Kongo begann. Und leider, muss man dazu sagen, verstarb aber Williams bereits kurze Zeit später auf der Rückreise Richtung Europa. In Kairo hatte er sich eine Krankheit eingefangen und gerade kurz nach Ankunft in England wieder verstarb er dann 1891. Das heißt, erst nach sechs Jahren, schon bereits nach sechs Jahren des Kongo-Freistaats und hatte damit natürlich nicht die Chance, an dem weiteren Kampf gegen dieses Verbrechen mitzuwirken. Aber er gab den großen und wichtigen Anstoß und ein anderer sollte es dann exekutieren. In diesem Kontext natürlich keine so gute Vokabel, aber ja, es war faktisch so. Edmund Dan Morell, der Brite war und selber Journalist, Autor und erklärter Pazifist und sollte auch später durch seine Taten dann zum britischen Politiker werden. Und er war als junger Mann von gerade mal Mitte 20er Jahren aktiv für die Reederei Elder Damster und diese hatte ein Monopol auf den Handel von Kautschuk aus dem Kongo-Freistaat. Und während er nun dort arbeitete, beobachtete er die ganze Zeit, dass ganz, ganz viel Kautschuk aus dem Kongo kam nach England, aber im Gegenzug eigentlich ausschließlich Waffen und Handschellen abgeschickt wurden bei seiner Reederei. Und damit folgerte er intuitiv, dass hier wohl an der Bevölkerung ein großes Verbrechen begangen werden musste. Also wirklich ein sehr schlauer Mann hat das damals schon von außen quasi beobachtet und begann dann aktiv eine Kampagne, um diese Missstände auch aufzudecken. In Zusammenarbeit mit einem weiteren wichtigen Widerstandskämpfer Roger Casement führte er dann diese Kampagne gegen die Sklaverei, explizit im Kongo-Freistaat und gründete hierzu die sogenannte Kongo-Reform-Association. Darüber hinaus auch eine Zeitung, die er führte und da regelmäßig drin publizierte, der West African Mail. Und mithilfe anderer Berühmtheiten, die er dann für sich in seiner Assoziation, in seiner Organisation quasi oder auch in seiner Zeitung publizierte, wie beispielsweise Arthur Conan Doyle oder natürlich auch Mark Twain, der aus US-Amerika sich da einschaltete, konnte er diese Bewegung immer weiter auch öffentlichkeitswirksam darstellen und zwang damit quasi den belgischen König nach einigen Jahren öffentlich und dazu, dass er sich hierzu äußern musste und das Ganze auch eingestehen musste. Und so auch das öffentliche Interesse gerade den großen europäischen Mächten in der damaligen Zeit, den Druck auf Leopold erzeugte, weil von selbst hatte er natürlich keine Motive, da etwas dran zu ändern. Und so kam es dann, wie gesagt, dazu, angeregt durch Washington und exekutiert dann durch Morrill, dass 1908 Leopold den Kongo-Freistaat endlich nach fast 23 Jahren Schreckensherrschaft abgeben musste. Im gleichen Zug waren auch alle Konzessionsfirmen dadurch gezwungen, ins Ausland oder besser gesagt aus Kongo sich heraus zurückzuziehen und so endete dann endlich auch diese schreckliche Phase. Und gleichzeitig kann man aber sagen, dass diese Initiative, die von Morrill begonnen wurde, somit auch die erste internationale Menschenrechtsbewegung war. Und das ist vielleicht die einzige positive Message, dass, obwohl Leopold seine noblen und philanthropischen Ansichten verriet, auf die schlimmste erdenkliche Art und Weise, so hat doch zumindest im Nachklang eine Form von öffentlichem Protest, von freier Presse, von freier Meinungsäußerung und auch freien Werten, die dann ja offensichtlich Anklang fanden, so hat sich das doch durchgesetzt. Und das ist vielleicht die dann doch positive Take-home-Message hier. Insgesamt, wie gesagt, starben in der Zeit von 1885 bis 1908 unter Leopold im Kongo knapp 9 Millionen Menschen, ein Bevölkerungsanteil von über 40 Prozent, denn damals waren auch im Kongo gar nicht so viele Menschen lebhaft. Man schätzt ca. 24 Millionen, die damals dort gelebt haben und dann dezimiert auf 15 Millionen, also unglaubliche Mengen. Und das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Das sind Zahlen, die sich sonst höchstens noch vielleicht unter Hitler und Stalin irgendwo wiederfinden, aber eigentlich so nicht wiederholbar sind. Und man muss natürlich das Ganze auch in einen gewissen Kontext rücken. Klar, damals gab es ähnliche Verbrechen, gerade auch in Zentralafrika, gerade auch mit dem Kautschuk, beispielsweise Frankreich, beispielsweise auch Deutschland oder auch Portugal. Aber nichts hatte das Ausmaß, nichts hatte diese Willkür an Gräueltaten und nichts hatte vor allem auch diese Perversion der einerseits großen Versprechung von progressiver Freiheit und dann andererseits diesem großen Verrat quasi am eigenen Ideal, wie es Leopolds Kongo-Gräuel hatten. Wenn ihr jetzt so verstört seid wie ich und immer noch mehr wissen wollt zu diesem absurden Verbrechen, beispielsweise was in der Zeit nach Leopold geschah oder wie auch diese Phase immer noch Auswirkungen hat auf die Gegenwart im Kongo, dann kommt doch zu Steady und Patreon. Dort ist für alle Unterstützer von Afrika für Almans noch eine Bonus-Folge rund um das Thema der Kongo-Gräuel. Und damit unterstützt ihr das ganze Format beim Wachsen, um hier weitere Projekte mit anzuregen, um hier auch mal ein paar Specials, ein paar Sommerspecials, vielleicht ein paar Reisen etc. möglich zu machen, um das ganze Thema Afrika in Deutschland größer auf die Karte zu bringen. Und in diesem Sinne, bleibt mir treu und schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, wie ihr vielleicht auch diese historische Folge fandet, um mal so einen kleinen Schnipsel im Bereich oder im Thema Kolonialgeschichte Afrikas zu geben. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Zusammenkunft hier bei Afrika für Almans. Also Freunde, macht's gut. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020